Hallo meine Lieben, mein Name ist Helena Löwenstein und ich bin Markenbotschafterin der Firma Fairway und wir suchen die erste Miss und den ersten Mister Fairway World 2020 und hiermit möchte ich dich gerne dazu einladen, hier mitzumachen, dich zu bewerben. Folgende Kriterien musst du im Prinzip nur erfüllen, du bist zwischen 22 und 32 Jahre jung, männlich oder weiblich, beides ist gesucht, du hast Spaß an der Mode, du lebst Beauty-Produkte, du kannst dich mit der Marke Fairway identifizieren und auch ebenfalls Markenbotschafter werden, dann bist du genau hier richtig. Und warum sage ich das? Weil ich natürlich den Weg schon gegangen bin und 1999 bin ich auch damals, zumindest Germany, Europe gewählt worden. Man sieht die Sherpa, die sind tatsächlich 21 Jahre jung oder alt, je nachdem wie man es sieht. Und ja, ich bin so froh und dankbar, dass ich damals einmal diesen Schritt gewagt habe und einmal damals wirklich auch entschieden habe, dieses Business-Konzept ernst zu nehmen und umzusetzen. Und ich muss sagen, wirklich diese Konzepte haben mich wirklich, ja, oder mein Leben um 180 Grad verändert, positiv. Ja, mittlerweile lebe ich am eigenen Haus, wir haben eine tolle Familie, ich habe zwei wunderschöne Kinder, ich bin Ehefrau, wir reisen viel, wir haben tolle Autos, wir leben so, wie wir uns eigentlich schon immer träumt hatten. Und das ist wirklich nur zu verdanken, dass ich eben damals diesen Schritt gegangen bin und einmal klar alles gegeben habe, um natürlich als zumindest Germany, Europe zu kommen und habe diese ganze Welt mitgenommen. Aber viel, viel wichtiger, dass ich mich entscheiden konnte oder entschieden habe, dieses Business zu betreiben, weil ja, es ist wirklich ein ganz, 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 ganz tolles Konzept, wo ihr wirklich, wo ihr alle ein passives Einkommen aufbauen könnt, wo ihr wirklich vielleicht pro Woche fünf Stunden arbeiten könnt, aber vielleicht irgendwann mal so wie ich heute für 400, für 500 Stunden bezahlt werdet, die Freiheit genießt, sozusagen Lifestyle pur. Das heißt, man hat Geld, man hat Zeit, man kann beides verbinden, man kann Dinge tun, die man tun möchte und einfach nicht darauf zu achten, ob ich es mir erlauben kann oder nicht. Und all das bietet ihnen Fairway, bietet diese einzigartige Chance, denn Fairway ist wirklich sensationell. Es ist komplett neu und so was von sexy und modern. Und deshalb müsst ihr euch dieses Konzept natürlich auch anhören und deshalb wendet euch an die Person, die euch das Video gegeben hat. Die Person glaubt an dich und ja, ich freue mich natürlich riesig, wenn ich dich begrüßen darf, einmal auf den Wettbewerb. Natürlich wünsche ich viel, viel Erfolg dabei und natürlich auch, hoffentlich darf ich dich auch als Brent Ambassador bei uns in der Family, Fairway Family begrüßen. Und wie gesagt, ich hoffe sehr, dass meine kleine Geschichte, mein kleiner Ausritt in die Vergangenheit auch dich jetzt motiviert hat oder vielleicht neugierig gemacht hat. Und deshalb, ja, bewerbe dich bitte, tue den ersten Schritt, du wirst es nicht bereuen. Denn im Leben gibt es nicht viele Chancen und eine große Chance könnte diese sein. In diesem Sinne, alles Liebe, viel Erfolg und hoffentlich bis bald. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.